Ja, ganz schön was los hier an der Nordschleife. Das ist die Eifel. Track closed. Moin, hier ist er. Der Hemi, heute vom Nürburgring. Ja, kurzen Stopp am Wröhnchen gemacht. Zwei Gruppen sind jetzt gerade schon hier durch. Das ist kein gutes Zeichen. Heute ist nämlich das Motorrad Action Team auf der Nordschleife unterwegs. Das ist das Perfektionstraining. Und ja, ich bin auf dem Weg dahin. Mal gucken, was mich da so alles erwartet. Und wenn euch interessiert, was da so los ist, bleibt dran. Gleich nach dem Intro geht's los. Der Wahnsinn. Ich muss gucken, dass ich keinem Weg hier rumlaufe. Der Wahnsinn. Ich muss gucken, dass ich keinem Weg hier rumlaufe. Boah, ich hab schon ein paar Leute entdeckt. Natürlich ist es wunderlich hier am Stand. Der Herbert ist auch da. Den sehe ich gerade. Und Stefan Nebel habe ich schon gesehen. Wahnsinn. Der nächste Turn steht an. Sammelt sich schon alles hier. Da oben fahren sie schon raus. Die ist kaputt. Ah, nein. Ducati. Da wo Action ist, ist der Himmi nicht weit. Hier eine Veranstaltung vom Motorrad Action Team auf dem Nürburgring auf der Nordschleife. Und ja, Perfektionstraining. Und dieses Jahr passt das Wetter auch. Angenehme Temperaturen um die 20 Grad. Aber es ist trocken. Und zwar bewölkt. Aber immerhin trocken. Na toll. Typisch Eifel. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Das ist ja wohl der Kracher. Guck dir das an. Von jetzt auf gleich. Da wir aktuell leider ein bisschen Zeit haben. Denn der Nürburgring hat uns natürlich nicht verschoben von dem lieben Regen. Es ist egal, was für ein Wetter vorhergesagt ist. Einmal am Tag musst du bei der Nordschleife bzw. durch die Eifel so ein schöner Regenschauer führen. Deswegen haben wir Zeit. Neben mir, zu meiner Linken, der Herbert Schwarz von der Firma Wunderlich. Herbert, du warst gestern noch bei Ducati in Sinsheim. Und heute bist du am Nürburgring. Motorrad-Action-Team, Nordschleife, Perfektionstraining. Sag mal, wie war es denn in Sinsheim? In Sinsheim war erst mal zwei Tage wirklich volles Haus. Tolle Kulisse am Technikmuseum mit einer Concorde, mit einer Topolev, den ganzen Motorrädern da drin. Und dann wirklich jede Menge rote Ducatis. Viel Interesse an den Sachen, die wir zwischenzeitlich für Ducati machen. Und von dem her rundum eine tolle Veranstaltung dort. Also wer nächstes Jahr dahin will, das lohnt sich. Ich? Nächstes Jahr bin ich dabei. So, und jetzt sind wir hier an der Nordschleife. Wetter, ja, ist typisch Eifel. Jetzt kommt der blaue Himmel wieder durch und die Strecke ist soweit wieder trocken. Und die nächsten Gruppen fahren wieder raus, ne? Ja, und für uns ist es einfach die Möglichkeit, mal mit den, sag ich mal, sehr sportlich gefahrenden BMW-Fahrern hauptsächlich uns hier zu treffen. Einfach auch zu zeigen, was wir für die Kunden anbieten. Und da sind wir als Partner vom Action-Team hier einmal im Jahr mit auf der Nordschleife. Okay, vielleicht kriege ich ja für nächstes Jahr auch eine Einladung von der Firma Wunderlich hier auf der Nordschleife mal mitzufahren. Wäre für mich Premiere, aber große Lust hätte ich da drauf schon. Herbert, was meinst du? Ich kann es nicht genau sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Wenn, dann müssten wir es zusammen in der Einstiegsklasse mal probieren. Ja, bin ich dabei. Herbert, ich danke dir. Gerne. So, hier habe ich mal den Wacktest. Wie sage ich immer so schön, irgendwas ist immer und schade. Bei dem Interview hier mit Basti Klettke war die Tonaufnahme so, dass ich sie euch nicht zumuten kann. Ich gebe euch deswegen jetzt bei der Nachvertonung so kurz den Inhalt von dem Interview wieder. Ich habe also Basti gefragt hier mit dem Fahrwerks-Service, was Wunderlich anbietet, auch bei dem Event-Refektionstraining auf dem Nürburgring. Da bietet Firma Wunderlich bzw. speziell der Basti auch an den Teilnehmern das Fahrwerk ein bisschen besser einzustellen. Und natürlich wird auch getestet für die Firma Wunderlich hier auf dem Nürburgring bei der Veranstaltung, ja, bei den eigenen Motorrädern die Fahrzeuge, die Fahrwerke nochmal zu optimieren. Dann ging es noch darum, dass der Basti, ja, quasi eine Armbinde anhatte, vorher noch so eine gelbe, wo drauf stand, ins Traktor. Und ja, da hatte ich ihn gefragt, dass er halt eine entsprechende Erfahrung braucht, um sowas überhaupt machen zu können. Und ich habe ihn gefragt, wie viele Runden er schon auf der Nordschleife gedreht hat. Er wusste es aber nicht genau. Er meinte einige hundert Mal. Er ist also im Alter von 18 Jahren schon gestartet, seitdem er einen Führerschein hat auf der Nordschleife. Und macht das Ganze seit acht oder neun Jahren schon für die Firma Wunderlich als Instruktor für die geladenen Gäste und für die Presse, die dann vor Ort ist. Er empfiehlt dann weiter noch. Jeder, der die Nordschleife mal kennenlernen möchte, sollte unbedingt hier an diesem Perfektionstraining teilnehmen. Es gibt nahezu 40 Gruppen, wo einsortiert wird ins fahrerische Können, ja, und es gibt da auch quasi eine Einstiegsgruppe. Und ich habe dann noch gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich da eventuell als Gast von der Firma Wunderlich im nächsten Jahr mit dabei sein kann. Und okay, er sagt dann, das muss ich mit Herbert oder mit Fränki abklären und das werden wir bis nächstes Jahr noch tun. Jetzt wird es auf einmal hektisch. Er hieß dann ganz plötzlich, komm, wir fahren doch nochmal. Vorher hieß es, nein, wir fahren nicht mehr raus. Oh, der fährt ja doch damit. So, dann kriegt der Himmi jetzt doch noch ne Runde Nordschleife drauf mit der A19. Ich glaube, der Frank Hoffmann fährt die. Das ist ja cool. Da fahre ich eine Runde mit Frank Hoffmann auf der Nordschleife Nürburgring. Wie geil ist das denn? Das ist jetzt echt der Hammer. Ich dachte ja, ich würde keine Runde mehr mitkriegen hier auf der Nordschleife. Aber der Frank Hoffmann fährt jetzt die A19 und ich konnte meine GOKU platzieren an dem Motorrad. Das heißt, wir fahren jetzt eine Runde Nordschleife mit Frank Hoffmann. Was für ein Tag an der Nordschleife. Hammer. Motorrad Action Team. Wunderlich ist da immer mit dabei. Und ich hatte tatsächlich das Vergnügen, dass Frank Hoffmann mit der A19 eine GoPro von mir mit an Bord genommen hat. Ich bin gespannt auf diese Aufnahmen. Weiß ich jetzt alles noch nicht. Wahnsinn. Jetzt fahren wir noch ein Stückchen parallel. Der Strecke entlang hier. Wahnsinn. Boah, ich bin so begeistert. Total nette Leute kennengelernt. Kontakte geknüpft. Ja, ich denke fruchtbar für die Zukunft. Für nächstes Jahr schon vorgesorgt. Hey, seid mal gespannt. Hammer. Ich bin einfach nur begeistert. Und wenn euch das kurze Video... Na, kurz wird es nicht werden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da. Über jeden Abonnent freue ich mich tierisch. Bis dahin. Tschüss. Bye-bye. Euer Himi. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.